oh shit, ich bin vergiftet Alter Sag mal Was, hä? Jetzt reicht's, ey, ich hab keinen Bock mehr Ah, Mann, ey Mann, verdammte Scheiße, ey Diese Forzenkinder da Wanden kann man nicht Ich mach eher spontan Glaube ich tatsächlich Es wird eher spontan, ja Hau ab So, dann wieder da runter An den Freunden vorbei Wenn er sich nicht wieder pullt So, jetzt aber Ah, guck mal an Mach mal schwarzes Zeug Der Rage Level ist too high Alter Ja, erst kommt der Greifer macht mich sofort Ohne, dass ich irgendwas machen kann Tod Da krieg ich ja schon mal so eine kleine Zornesfalte im Gesicht Ja, und dann halt da dieser komische Level 15 ertrogene Obermako Gefällt mir halt nicht Das gefällt mir nicht Das gefällt mir nicht Ich mag sowas nicht So Sieht's aus Kannst du auch was oder Toll Also der lässt sich nicht Ich will was verkaufen Ich will was verkaufen Gib mir all dein Geld Schollklappen Sehr gut Ah, kein Geld mehr Du dreckiger Das ist keine Kohle mehr Bis dann Bis dann So, gibt's hier auch den Leuten noch die Arbeiten Oder Wie sieht's aus Gibt's den Dinnental Ist auch kein Schmied Oder was Hä Gibt's hier keine Schmieden Kann nicht sein Wofür wir zur Krenburg reisen Plötzchen Komm mal her Das Wetter ist aber auch gerade echt beschissen Das So dieser extreme Regen Da freut sich die FPS nicht Was oben links In der Stufe ist eine Anzeige Wie viel du tragen kannst Ja, da haben wir ja noch ein paar Ein paar Plätzchen Theoretisch Ja, ich hab's gesehen Danke dir Das heißt, ich hab aber eigentlich noch ein bisschen Inventar frei So Hm Ich brauche eine Rüstung Jetzt mal ernst Haut So Reparieren Alles reparieren Nee, eigentlich brauchen wir ja nur Das 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 Was ist der Gegenstabstaat? Hä? 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 Ich würde mir gerne dein Angebot anfangen. Das Langschwert, den ganzen Shit. Kavalierhose. Der sieht schon ganz geil aus eigentlich. Jägerstiefel, 14 Husten. Boah, die sind aber echt gut, ey. Boah, die sind aber auch teuer, ey. Alter. Wahrscheinlich wenig Geld, was er hier verlangt, ne? Mein Freund. Ah, hier kann man auch die Verbesserung rausnehmen wieder. Zerlegen. Na, dann wollen wir mal. Ich brauche eine Rüstung. Draconiden-Leder. Okay. Schema-Jägerhose. Zwirn. Aber Zwirn können wir doch herstellen bestimmt irgendwie, oder? Verstehe ich denn Zwirn, ja. 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 Minus ein Prozent. Drei Prozent. Leichte Ausrüstung. Das ist natürlich schon wiederum ganz geil. Weil das nimmt sich ja dann so ein bisschen was weg. Uh, 67 Rüstung. Schatzjäger. Das heißt, sieben Stiefel. Also sieben Stiefel würde ich auch noch machen. Da brauchen wir was. Lederstücke. So. Das Ding, ne? Okay. Waffen. Waffen. So. Dann. Ach, scheiße. Das ist... Ha! Es ist zwar schön, dass ich das jetzt habe, aber ich kann es noch gar nicht anlegen. Shit, Mann! Ich bin so doof, ey. Hätte auch mal Feuer gucken können, ne? Aber nein. Ich muss das ja wieder besser wissen und es einfach probieren. So, jetzt hat Plötze ein bisschen Scheuklappen. Das ist schon mal ganz gut. Okay. So, sechs Punkte haben wir jetzt wieder zu vergeben. Puh. Der Quenchschild stößt gegen ihn zurück. Marionette. Aktive Schild. Okay. Okay, mal da drauf. Ach so, aber so einen richtigen... Bei der Dose schwindet. Puh. Ich kann es jetzt hier ausnehmen. Okay. Jeder Teil leichter wusste. Was habe ich da für eine Wüstung eigentlich? Leicht, tatsächlich. Leitern. Ne, pass auf, dann machen wir das doch. Wenn wir jetzt eh noch mit der leichten Rüstung rumrennen, können wir das eigentlich schon mal machen. So. Finde ich gar nicht mal so dumm. Adlerauge, das brauchen wir alles nicht. Zumindest jetzt gar nicht. Was haben wir denn hier noch? Wie gehe ich nochmal mit den Motagenen um? Ach, Jesus. Ich bin so ein... So ein Noob. Amik you? So. Wie war denn den Ton? Oh, wie war das? Vielen Dank. So, ich glaube, das war doch schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht. Vielleicht können wir heute Nacht ja mal die Kaira besuchen. Je nachdem. Boah. Heftig, heftig, heftig.